Ich sende ein kräftiges Moin in die Runde und begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Die Nummer 1 für heute. Spiele im Look von Zelda Breath of the Wild sind ja aktuell absolut im Trend. Seit einiger Zeit warte ich und meine Tochter zum Beispiel schon auf Oceanhorn 2. Jetzt gibt es einen neuen Contender und zwar Stranded Sails. Das Ganze basiert so ein bisschen oder wurde inspiriert von Harvest Moon und My Time at Portia. Hauptelemente des Spiels sind Farmen, Crewmanagement, Erkundung und Story getriebene Quests. Die diesjährige Spielekonferenz in San Francisco startet morgen. Vielleicht gibt es zu beiden Spielen Neuigkeiten. Die Nummer 2 für heute. Als nächstes habe ich ein Video von Laura Kampf für euch. Sie bezeichnet sich selbst als Artist, Designer und Maker. Sie veröffentlicht schon seit langen Projekte, die zum Nachbauen inspirieren. In dem verlinkten Video baut sie aus einem alten Rollstuhl einen Beiwagen für ihr Fahrrad. Die Nummer 3 für heute. Regelmäßig gibt es neue Identitätsleaks, ob bei Facebook, Twitter, Instagram oder bei populären Webseiten. In den Notizen verlinke ich euch einige Webseiten, auf denen ihr prüfen könnt, ob eure E-Mail oder Kontaktdaten in irgendeiner Form in einem dieser Leaks schon einmal aufgetaucht ist. Wichtige Passwörter solltet ihr sowieso in regelmäßigen Abständen austauschen. Die Nummer 4 für heute. Als nächstes habe ich einen Teaser für die Wife Cosmos. Das ist die nächste VR-Generation von HTC. Mit viel Glück gibt es in San Francisco auch Neuigkeiten zu dieser VR-Brille. Für mich wird wahrscheinlich die Oculus Quest die erste VR-Brille sein, aber auch hier gibt es noch kein Datum für die Veröffentlichung. Die Nummer 5 für heute. Und zum Abschluss wieder etwas Musik für euch und zwar Every Breath You Take von The Police in einer Funk-Version. Das war's wieder für die heutige Sendung. Wie immer schaut bei uns auf der Seite vorbei, empfehlt uns Freunden und Familie und abonniert uns natürlich auf den entsprechenden Kanälen. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss!